Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Treffpunkt-Murzahl-Magazins. Eine Freude ist es für mich, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen, denn die Themen, die wir vorbereitet haben, sind wirklich sehr abwechslungsreich und es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Die Karwoche in der katholischen Kirche. In unserem Interview der Woche Stehrmann und Krisemann, die beiden österreichischen Kabarettisten. Und das Autohaus Neubauer präsentiert den neuen Audi A3 Cabrio. Neun Kegel, am besten ein Kranzl oder noch besser ein Saubschirsen, dann ist man mit vorne dabei. Das alles haben wir am vergangenen Wochenende auch miterleben dürfen bei den ersten Stadtkegelmeisterschaften in Trofeiach. Im Gasthaus Stegmüller wurde kürzlich das Finale der ersten Trofeiacher Kegelmeisterschaft ausgetragen. Die Vorrunden dafür fanden im Gasthof Untertelcher und im Landhotel Stegmüller statt. Beim großen Finalspiel sind dann die besten fünf Mannschaften gegeneinander angetreten. Früher, wenn wir noch nicht bei der Gemeinde Trofeiach waren, da haben wir eben unsere Dorfmeisterschaft probiert das Jahr. Jetzt haben wir eine Großgemeinde, die Stadt Trofeiach. Da habe ich gesagt, warum können wir das nicht machen mit dem zweiten Kegelbetrieb. Also dass wir dort Ausscheidung haben, da eine Ausscheidung und dann ein Jahr bei uns ein Finale und das nächste Jahr bei Untertel ist das Finale. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, wird es sicher erfolgt werden. Als glückliche Gewinner sind die Herrschaften der Kegelrunde des Stammtisches Stegmüller hervorgegangen. Als Sportreferent der Stadt Trofeiach bin ich natürlich stolz darauf, dass wir die erste Stadtmeisterschaft im Kegeln veranstalten können. Und das war die Teilnahme relativ groß. Es haben doch 17 Mannschaften daran teilgenommen und das zeigt auch den großen Zuspruch der Bevölkerung. Ich bin ja ein großer Fan von diesen Veranstaltungen, weil ja doch durch die Zusammenlegung der Ortsteile hier auch das Zusammenwachsen der Bevölkerung gefördert wird. Die Trofeiacher Kegelmeisterschaften sind somit ein fixer Bestandteil der örtlichen Veranstaltungen. Und die Teilnehmer sowie auch die Veranstalter freuen sich bereits jetzt auf das nächste Jahr. Ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Der Aschermittwoch war eigentlich der Beginn der Fastenzeit und jetzt stehen wir schon am Ende in der Karwoche. Doch wissen Sie eigentlich die Bedeutung der einzelnen Tage? Wenn nicht, dann kommt jetzt für Sie die Antwort. Die Karwoche, die auch Stillewoche genannt wird, beginnt mit dem Palmsonntag, wo laut der Geschichte Jesus als König in Jerusalem empfangen wurde. Dazu hat das Volk Palmwedel auf die Straßen gelegt. Heute ist das Zeichen dieses Tages der Balmbuschen, der mit bunten Bändern, aber auch Ostereiern geschmückt wird. Gemeinsam wird an diesem Tag die Heilige Messe mit freudigen Liedern gefeiert. Einige Tage darauf folgt der Gründonnerstag. Bekannt auch dafür, dass viele von uns hier Spinat essen. Aber muss man das? Also man muss nur Spinat essen, wenn man ihn gern hat. Das ist halt auch so eine Brauchtung, eine Tradition. Die österliche Woche ist eigentlich die Karwoche gefüllt mit verschiedenen Bräuchen, die diesen festlichen Rahmen ergeben, die aber immer hinführen möchten zum Bild, zum Inhalt dieser Tage. Und der Gründonnerstag bekommt seinen Namen vom althochdeutschen Wort greinen, das heißt eigentlich weinen, und erinnert uns schon an den wesentlichen Inhalt dieses Tages, dass Jesus eben im Ödelberg in besonderer Weise auch zum Weinen kommt, beziehungsweise schon auch die Angst durchhalten muss im Blick auf das, was vor ihm steht, nämlich der Kreuzweg, das Kreuz, der Tod, den er auf sich nimmt als leidenschaftlicher Liebe zu uns. Die Botschaft vom Karfreitag ist eine sehr schlichte und einfache, denn hier wird der Blick auf das Kreuz gerichtet. Anders als am Palmsonntag spuckt hier das Volk auf Jesus Christus und verhöhnt ihn. Der Tag der Trauer ist dann der Karsamstag, wo aber auch ein sehr schöner Brauch gefeiert wird. Die Speisensegnung, bei uns besser bekannt unter der Fleischweihe. Das finde ich eigentlich etwas sehr, sehr Schönes, dass wir hier in einer kurzen Feier, Gott dafür danken, nichts ist selbstverständlich, sondern jedes Fest hat einen Inhalt. Und der Grund für das Ostermahl ist ja, dass wir als Christen feiern, dass der Tod überwunden ist und Jesus Christus Leben schenkt über die Begrenztheit unserer irdischen Tage hinaus. Und das feiern wir, deshalb feiern wir Ostern, deshalb halten wir Festmahl und deshalb bieten wir für diese besonderen Gaben Gottes Segen. Mit dem Licht, das die Dunkelheit des Todes vertreibt und das Zeichen für die Auferstehung von Jesus Christi darstellt, wird der Weiße Sonntag oder auch Ostersonntag gefeiert. Und mit diesem Tag schließt dann die Fastenzeit bzw. die Karwoche ab. Ein Sprichwort besagt, alles neu macht der Mai. Doch wir haben herausgefunden, dass auch der April so einiges Neues anzubieten hat, wie zum Beispiel eine neue Besitzerin der Gösseltrachten in Judenburg. Was alles auf Sie wartet, das haben wir für Sie in unserem nächsten Beitrag herausgefunden. Die Traditionsmarke Gössel ist seit vielen Jahren in Judenburg vertreten. Und das Geschäft ist aus der Innenstadt nicht mehr wegzudenken. Nachdem Frau Helene Krasser nun in ihren wohlverdienten Ruhestand getreten ist, wurde vergangene Woche die Übernahme von Anita Schaffer und somit auch die Wiedereröffnung gebührend gefeiert. Unter den zahlreichen Gratulantinnen und Gratulanten befanden sich auch viele bekannte Gesichter. Es ist wichtig insgesamt für die Stimmung in der Stadt, dass es Betriebe gibt, die in der Innenstadt eröffnen bzw. weitergeführt werden. Und ich denke, es gibt Branchen, die gehören einfach in die Innenstadt und die gehören nicht in ein Einkaufszentrum, weil sie einfach nicht hinpassen. Und ein Trachtenmodegeschäft passt ganz perfekt in eine Innenstadt. Ich bin über die Frau Krasser dazugekommen. Die Frau Krasser hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, ihr Geschäft zu übernehmen. Und weil sie gewusst hat, dass es immer schon mein Wunschtraum war, ein wunderschönes Geschäft zu haben. Und Göstl ist das schönste Geschäft in Judenburg. Und ich habe die Ehre, dass ich es bekommen habe. Und ja, so habe ich mir meinen Traum erfüllt. Und was bedeutet für Sie persönlich jetzt Tracht? Tracht ist für mich einfach Tradition. Tracht ist für mich Heimat. Mit Tracht fühlt man sich einfach Heimatverbunden. Und ich denke, jeder Mensch in der Traucht ist einfach was Schönes. Und jetzt ein echter Steirer, eine echte Steirerin. Wie viel Dirndl soll man zu Hause haben? Ich sage einmal, dass mindestens jede Frau mindestens ein Dirndl besitzen muss. Das ist Pflicht, ja. Weil eine Frau in einem Dirndl ist immer schön. Und was wünschen Sie sich persönlich für dieses Geschäft in Judenburg? Ich persönlich wünsche mir viele kauffreudige Kunden, glückliche Kunden, zufriedene Kunden. Wir geben unser Bestes, um wirklich ehrlich, geschmackvoll zu beraten. Unter der Führung von Anita Schaffer wird man hoffentlich noch viele Jahre Freude an der Mode von Göstl in Judenburg haben. Eine Frage an Sie. Träumen Sie auch, so wie ich, von einem fitten, straffen und vitalen Körper? Dieser Traum ist sehr schön, aber wir wissen alle, es ist sehr schwierig, das auch in die Tat umzusetzen. Möchte man meinen. Wir stellen Ihnen jetzt eine neue Methode vor, wo Sie Fett verbrennen, abnehmen und Muskel aufbauen. Eminence Body Fitness und Gesundheit rund um den Körper in der Wickenburgstraße 2 in Judenburg ist seit kurzem die erste Adresse für alle, die fit, schlank und gesund in den Frühling starten möchten. Noella Steinwieder bietet hier gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin ein Rundum-Service, um Gewicht zu verlieren, Fett zu verbrennen, Zelluit zu verringern und Bauchfett schmelzen zu lassen. Also hier bei Eminence haben wir ein komplettes Angebot. Wir haben erstmal die Bioimpetenzanalyse, die wir machen. Da werden mittels Wechselstrom die ganzen Körper zusammensetzt und gemessen. Und da kriege ich den Iststand, wie der Körper ausschaut und was muss der Kunde machen, damit er eben abnehmen kann, wenn er das möchte, oder Muskelaufbau, wenn er das möchte. Und dann haben wir hier die Behandlung Neurotries, das ist basiert auf Mikrostrom. Da werden die Fettzellen gespalten in eine flüssige Form und dann nachher vom Körper selbstständig ausgeschieden. Zusätzlich haben wir EMS-Training, das ist elektrische Muskelstimulation. Also das ist sehr, sehr gut für Leute, die eben Kraft aufbauen möchten oder Muskel aufbauen möchten. Oder Leute, die eben Rückenprobleme haben oder Beckenbodenprobleme haben. Das hilft auch sehr gut. Von den Anwendungen zeigen sich die Kunden überzeugt und auch die Herden sind begeistert. Ich bin jetzt circa die achte Woche im Einsatz mit diesem Gerät und kann von mir aus jetzt sprechen. Es ist eine relative Gewichtsabnahme, habe aber jetzt 10 Kilo und abgenommen. Ist aber wie gesagt relativ, weil zusätzlich der Muskelaufbau auch wieder Gewicht mit sich bringt und nicht nur Gewicht reduziert wird. Zusätzlich gibt es bei Eminence Body Fitness und Gesundheit in Jugendburg eine reiche Auswahl an hochwertigen Aloe Vera Produkten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie doch einfach vorbei und überzeugen sich vom Angebot mit einem kostenlosen Training. Noella Steinwieder freut sich auf ihren Besuch, um gemeinsam mit Ihnen gesund und fit durch den Frühling zu gehen. Stehrmann und Krisemann, diese beiden, kennen wir ja schon von unserem Beiträgen aus der vergangenen Zeit. Aber wir haben auch das letzte Zusammentreffen für ein Interview der Woche genutzt. Unsere Kollegin Carola Kollmann hat die beiden wirklich so einiges gefragt. Vielen Dank für diesen vollkommen gerechtfertigten Applaus. Ja, ich weiß natürlich, warum Sie alle gekommen sind. Sie alle wollen möglichst intime Details aus meinem Leben hören. Könnten Sie uns einmal generell erzählen, wie sind Sie denn überhaupt zum Kabarett gekommen? Wir sind gar nicht zum Kabarett gekommen. Das Kabarett ist quasi, wenn man so will, zu uns gekommen. Wir kommen vom Radio und irgendwann hat jemand gesagt, das könnt ihr auf einer Bühne machen. Und dann haben wir das auf einer Bühne mal gemacht und dann sind Leute gekommen und so sind wir dann irgendwie dabei geblieben, mehr oder weniger. Aber es war nicht unser Ziel. Haben Sie drüber schon gemerkt? Ja, ich bin lustig, mir fallen lustige Sachen ein. Das Problem ist, das merke ich heute noch kaum. Nein, überhaupt nicht. Also es liegt mir eigentlich fern, vor einer Öffentlichkeit Witze zu machen. Aber das Problem ist die Alternative. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Also für einen Menschen, der mit relativ wenig Talent gesegnet ist, ist das noch das Beste. Viel Geld, das ist das Gute, aber halt natürlich auch ständige Beobachtungen durch Regionalfernsehen und so. Ja, Punkt. Haben Sie zufällig irgendeine skurrile Begegnung schon mal gehabt mit irgendeinem Fan oder zu sehr? Darf fällt Ihnen da spontan irgendwas ein? Wir haben schon oft Leute kennengelernt, wo es ein bisschen merkwürdig ist, weil wir es ja per se auch schon mal merkwürdig finden, dass Leute überhaupt quasi die Nähe dann zu uns suchen, nur weil wir Witze auf einer Bühne erzählen. Ich kann mich jetzt erinnern, dass wir mal in Berlin nach einem Auftritt mit ungefähr zehn Leuten gegangen sind, von denen jeder irgendwer ein körperliches Problem hatte. Kehlkopfgespalten war dabei und ein Kleinwüchsiger. Das war so wie, als wären wir so die Rattenfänger von Hameln und hinter uns so eine Karawane des Grauens. Und so haben wir dann auch mal unser Programm genannt. Und wie ist das jetzt? Gibt es da Unterschiede zwischen dem Publikum in großen Städten und jetzt wie hier in Judenburg auf dem Land? Judenburg kann ich ja noch nicht einschätzen, weil wir sind ja vor dem Auftritt. Aber im Regelfall gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also es ist jetzt der hundertste Auftritt oder so mit dem Programm und die Leute lachen in Wahrheit an den gleichen Stellen. Da gibt es keinen großen Unterschied. Jetzt fallen Ihnen die Gags oder die Pointen? Ist das so, dass dann die einfach einfallen? Oder setzt man sich da hin und denkt man nach, was könnte da jetzt dazu passen? Na man muss wissen, wo man googeln muss. Also wir googeln ja, unsere Witze sind ja alles irgendwelche alten Witze aus dem Internet. Und dazwischen sind dann ein paar Fühlsätze, die sind dann von uns. Die fallen uns spontan ein. Und jetzt zur Show Willkommen Österreich. Gibt es da irgendeinen besonderen Gast, der besonders gern gesehen ist oder war? Ja, einige. Dagmar Koller ist immer gut. Roger Wilhelmsen ist immer gut. Wolfram Pirchner wäre gut, kommt aber leider nicht. Das ist die große Tragik unserer Sendung. Die meisten sind eigentlich gut. Bis auf Anna Fenninger, die auch sehr okay war, aber die halt auch immer nur Ja oder Nein gesagt hat. Fand ich alle ganz gut. Und jetzt vor einer Show, die spielen sie ja heute nicht zum ersten Mal. Wie ist das? Steht man da auf der Bühne und denkt sich, jetzt sage ich das schon wieder zum gleichen Mal. Da lachen sie und da lachen sie nicht. Ja, es ist in Wahrheit so, dass du davor immer total müde bist und überhaupt nicht vorstellen kannst, gleich auf einer Bühne zu stehen und auch überhaupt keine Lust hast in der Regel. Aber dann, sobald du dann dort stehst, geht das irgendwie dadurch, dass die Leute da sind und man ja irgendwie höflich ist offensichtlich. Und diese Höflichkeit bringt dann so eine Art Adrenalinschub, so ein Höflichkeitsadrenalinschub. Und dann kann man das halt diese zwei Stunden zumindest durchziehen. Und bereiten Sie sich irgendwie besonders vor? Haben Sie irgendwelche Rituale? Essen. Wir essen eigentlich den ganzen Tag immer nur. Wir liegen und essen. So eine Mischung immer so zwischen liegen und essen. Und das ist unsere Vorbereitung. Liegen und essen. Liegen und essen. Das ist unser Ritual. Manchmal essen wir auch sitzend. Das ist dann aber schon für uns sehr verwirrend. Überfordert uns eigentlich schon. Wenn Sie einmal Freizeit haben, ich stelle mir vor, das ist nicht so oft. Wie viel bringen Sie da am liebsten? Liegend und essend. Na, Freizeit ist dann... Ja, eigentlich sitze ich sitze und gucke eigentlich immer nur. Ich mache gar nichts. Sitze und gucke. Ja, eigentlich ganz normal, wie andere Leute auch. Spazieren gehen, essen. Also keine besonders skurrilen Hobbys oder irgendwas? Nein. Nein. Und jetzt noch zum Programm. Also wie hat Ihnen das über passieren können, dass Sie da nur Ihren Text schreiben? Ja, durch totale Unkonzentriertheit. Ich bin halt auch schon älter und habe eh grundsätzlich Angst davor, auch irgendwann mal dement zu werden. Ich habe halt angefangen zu schreiben und vergessen, Chris immer reinzuschreiben. Es ist mir eh auch peinlich und er weiß auch, dass mir das unangenehm ist. Aber er ist mir wohlgesonnen genug, dass er mir verziehen hat. Und Sie jetzt mit Ihrem Text, machen Sie das immer spontan? Ich greife nur ein, wenn ein Not am Mann ist. Also es kann sein, dass Steiermann allein draußen bleibt. Und wenn ich merke, er hat große Probleme, hängt mit dem Text oder kann nicht weiter, Leute lachen ihn aus, dann komme ich und rette das Ganze. Und was schätzen Sie ganz besonders an Ihrem Kollegen? Puh, da müsste ich jetzt echt lange nachdenken. Okay. Ich glaube, er mag meine Hilflosigkeit am liebsten. Ich an ihm alles. Ich finde, er hat für mich so eine Art Geniefaktor. Schön. Und gefällt es Ihnen in der Steiermark? Wie gefällt es Ihnen da? Ich bin ja Wahlsteierer. Also ich lebe ja halb in Graz und liebe die Steiermark über alles. Die beiden, also mein Techniker und mein Kollege, hassen die Steiermark und hassen Graz. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich schimpfe immer nur auf die Steierer für den Dialekt den hässlichsten. Nein, das ist nicht wahr. Das wird in der Natur so gesagt. Das ist nicht wahr. Nein, 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 nein. Sag doch, dass du es hässlich bist. Ich habe selbst, liebe Michael Ostrowski zum Beispiel, ist ein lieber Freund von mir, der großen steirischen Dialekt. Meine besten Freunde sind Juden. Ich liebe Michael Ostrowski und Stefanie Werger. Das sind persönliche Freunde von mir, die ja wirklich auch den harten steirischen Dialekt pflegen. Und ich finde gerade den Kärntner-Dialekt und den besonders brutalen Steirer-Dialekt finde ich ganz bezaubernd. Also das stimmt nicht, was Steiermann sagt. Ich mag auch Graz sehr gern und auch hier Judenburg und Kapfenberg. Wunderbar. Und noch zu guter Letzt, haben Sie irgendwelche speziellen Erwartungen an einen Abend, an dem Sie das Programm spielen? In Judenburg speziell oder grundsätzlich? Ich hoffe, dass Leute von nah und fern aus der Gegend kommen, von Klein-Krakau-Dorf und Groß-Krakau-Dorf und Krakau-Dorf-Zentrum an sich das anschauen und sich amüsieren. Das ist ja heute eine Kirche, in der wir auftreten, eine umgebaute. Und das soll heute für alle ein Gottesdienst des Humors werden. Und wir, ich möchte gern der Prediger sein und Christi Mann darf, wenn er möchte, mein Messdiener dabei sein. Den richtigen Internetanschluss noch nicht gefunden? Wie wär's mit Fiverspeed 20, der Internetanschluss für den täglichen Gebrauch? Zu langsam? Wie wär's dann mit Fiverspeed 40, der Highspeed-Anschluss für Multimedia-Anwender? Immer noch zu langsam? Wie wär's mit Fiverspeed 60, der Multimedia-Anschluss für den Power-User und Gamer? Noch zu langsam? Wie wär's dann mit Fiverspeed 100, der schnellste Highspeed-Internetanschluss in Ihrer Region? Fiverspeed – das schnellste Internet im Eichfeld! Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI – Bildung – Freude inklusive! Freude inklusive politische Eichfeld Der freundlichste Optiker Österreichs präsentiert die Unglaubliche. Nimm drei Zahl 1 Aktion. Erste Brille kaufen, zweite Brille gratis und die dritte Brille zum Verschenken. Ja, und zusätzlich gibt's das Jubiläumsgutscheinheft. Pearl. 15 Jahre. Das Beste sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Haben Sie schon gehört von den neuesten Trends bei optischen Brillen und Sonnenbrillen? Und haben Sie schon gesehen, dass man bei Optik Heumann einen kostenlosen Hörtest machen kann? Das alle sollten Sie sich ansehen. Optik Heumann in Jungenburg und Leoben. Gemeinsam stark. Mit RegionalTV näher dran an ganz Österreich. Neun Bundesländer. Neun Sender. Ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9. Regionales Fernsehen Österreich. Das Bad zum Leben. Tenne. Die vergangenen Tage haben ja richtig eingeladen, eine Spritztour durch die Gegend zu machen. Wir haben uns dafür ein ganz besonderes Auto einmal angeschaut. Das neue Audi A3 Cabrio. Und was das so alles kann, haben wir für Sie getestet. In gut 20 Sekunden dem Himmel ein Stückchen näher. Das garantiert das neue Audi A3 Cabrio, denn es lässt sich auch während der Fahrt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Kilometern pro Stunde öffnen. Aber auch sonst hat das sportliche Cabrio einiges zu bieten. Egal ob in der offenen oder geschlossenen Variante, ist es gut verarbeitet und die Materialien sind hochwertig. Die Karosserie wirkt solide und lässt sich auch durch Unebenheiten oder schlechte Straßen nicht ins Zittern bringen. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat das neue Audi A3 Cabrio auch an Größe zugelegt. So wuchs es zum Beispiel von 4,24 m auf 4,42 m Länge. Was nicht nur dem Knieraum auf den Rücksitzen zugute kommt, sondern vor allem auch dem Kofferraum. Das von uns getestete Modell, der 2,0 TTI 150 PS starke Dieselmotor, macht richtig Laune. Er ist spritzig, liegt perfekt in den Kurven und macht Cruisen zum absoluten Erlebnis. Das neue Audi Cabrio besticht durch seine klare Linienführung, den markanten Single-Frame-Kühlergrill, Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Überrollbügel in Aluminium-Optik. Alles in allem ein gelungenes Cabrio, das den Komfort auch bei Regentagen nicht missen lässt. Haben Sie Lust, das Audi A3 Cabrio zu testen? Dann vereinbaren Sie noch heute einen Termin im Autohaus Neubauer in Eichdorf. Der 5. April ist in Graz ganz im Zeichen des Red Bull Rings gestanden. An sechs verschiedenen Plätzen haben die Zuschauer in die Welt von Red Bull eintauchen können. Unsere Kollegen von Kanal 3 Graz haben sich das natürlich nicht nehmen lassen. Die Saison 2014 am Spielberg ist eröffnet. Mit allem, was er zu bieten hat, rückte der Spielberg am Samstag, dem 5. April in Graz an und sorgte dafür, dass Motorsportfans aller Altersklassen voll auf ihre Kosten kamen. Eine Fahrzeugausstellung am Grazer Hauptplatz, eine Trial- und eine BMX Flatland-Vorführung, Promi-Showcooking sowie eine eigene Kinderwelt waren nur einige weniger Höhepunkte, die den 50.000 Besuchern geboten wurde. Wir haben nachgefragt, wie die Besucher den Spielberg in Graz erlebten. Voll geil, alle voll motiviert, alle voll gut drauf, alle freien sich voll aufs Event und gehen voll Gas. Wir sind gerade eigentlich erst hergekommen. Wir haben ein paar Utensilien ergattert. Wir haben uns die Trial-Show angeschaut mit den Motorrädern, das war lustig. Und wir werden uns jetzt das Gokat-Rennen anschauen und werden mal sehen, es sind Promis dabei, wer von den Promis denn wirklich so gut fährt. Also im Moment, glaube ich, kommt ein Diskat-Rennen mit den Promis in mehreren Gruppen. Die haben jetzt gerade irgendein Briefing, was sie gehört haben. Und vorher waren eben ganz am Anfang um elf, die wirklich die Rennen mit den Boliden und die TTM-Autos. Das war echt geil, wenn ich so sagen darf. Echt laut und Lärm und Gummi. Also es war einfach nur spektakulär. Natürlich durften auch zahlreiche Stars aus dem Bereich Sport nicht fehlen. So waren unter anderem Hans Knaus und Thomas Morgenstern zu Gast, die, nachdem sie in Bestzeit durch die engen Häuserschluchten der Murmetropole kutschiert wurden, ganz locker am Hauptplatz in Graz zum Interview bereitstanden. Da wird es extrem gehaugt. Ich habe Gott sei Dank einen Einzelkutscher erwischt mit dem Matthias Extrem. Aber ich kann euch echt sagen, was der in dem Auto da drin arbeiten muss, das sieht man von außen gar nicht. Also das schaut total einfach aus. Aber der Bursche, der hat da mächtig Arbeit, dass er keinen eben verramt da irgendwo auf der Strecke kann. Und es war echt ein geiles Gefühl, da mitzufahren. Ich glaube, ich bin hochzufrieden. Also es ist eine volle Fälle eine Ehre, wenn ich mit dem Karl mitfahren kann, eben durch Grazplattl. Ich bin ja auch vor ein paar Jahren mit dem Martin mit dem Domschick mitgefahren. Das heißt, das Gefühl eines DTM, das kenne ich natürlich schon. Sechs Themenplätze boten zudem nicht nur einen umfangreichen Einblick in die Welt des Motorsports, sondern auch in die Upside der Rennstrecke. Ein besonderes Highlight war sicher die große VIP-Go-Kart-Challenge am Kamelitzerplatz, wo Thomas Morgenstern und Philipp Oettl für ihre Performance durch ein Publikumsvoting zum Sieger gekürt wurden. Bleibt also nur mehr voller Vorfreude, den großen Preis von Österreich entgegenzufiebern. Haben Sie gewusst, dass man auch in einer Halle fliegen kann? Sie fragen sich gerade, von was ich spreche? Dann schauen Sie sich doch einfach den nächsten Beitrag an. In nur zwei Monaten Vorbereitungszeit haben die rund 30 Mitglieder des Modellsportteams Airsharks Styria in der Sporthalle Vonsdorf am vergangenen Sonntag eine besondere Indoor-Flugshow organisiert. Rund 300 Gäste haben sich die unterschiedlichsten Programmpunkte wie den Segelflugsimulator oder auch die Ausstellung, in dieser die verschiedensten Hubschrauber, Jets und Probellomaschinen präsentiert wurden, nicht entgehen lassen. Vor allem die Kinder wurden bei diesem Event mit besonderen Höhepunkten angesprochen, unter anderem mit einem Freiflugwettbewerb. Mit dem Hauptsponsor der BPM GmbH erhofft sich das Modellsportteam Airsharks, dass durch diese Veranstaltung viele Neuinteressierte angesprochen wurden. Insbesondere der Nachwuchs, da dieses Hobby eine tolle neue Alternative für viele werden könnte und zusätzlich den Kindern früh die Möglichkeit gibt, am Vereinsleben teilzunehmen. Wir kommen jetzt zu unseren Kurznews und da blicken wir in die Zukunft. Im Rahmen eines außerordentlichen Städtetags im Bruck an der Mur wurde der Leobner Bürgermeister Kurt Wallner einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Steirischen Städtebundes gewählt. Wallner folgt damit dem Brucker Bürgermeister Bernd Rosenberger, der nach elf Jahren den Vorsitz zurücklegte. In der kommenden Woche sollten Sie unbedingt wieder einschalten, denn wir sind für Sie unterwegs, um die spannendsten Themen für Sie einzufangen. Ab Freitag gibt es dann für Sie die neue Ausgabe unseres Treffpunkt-Murteil-Magazins. Informationen zu uns, Kanal 3, können Sie auf unserer Homepage www.kanal3.tv bekommen oder auch auf Facebook und YouTube. Ich sage nun Dankeschön fürs Mit dabei sein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020